Hi Leute, Forti hier. Mit dem Crack spielen wir hier lustige Tetris-Spiele in Tetris. Watt! Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Irgendeine volle Kanne hier vorne rein. Alter, diese Door. Hab einen. Der andere war auch bei mir. Nein, der hat mir gegeben. Ich hab ihn nicht getroffen. Toll. Hauptsache, er dreht sich um und drückt mir in eins. Ja gut, du hast drei Schüsse daneben geschossen. Aber so ist mir auch schon passiert. Ich war doch drauf. Lass mich jetzt mal so stehen. Sollen wir beide Sidecane oder was? Let's go everyone! Cool, ich schock mich hier. Ich mach den Sofa-Gamer. Oh, das ist mir die Tür. Mach die Tür nicht. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Einmal links außen. Einmal links außen. Ja, die Tür ist noch zu. Nein, nehmen das mal auf. Minus 90. Okay. Ich wusste, dass der da ist. Hab ich beide gehittet irgendwie? Wann hab ich das? Ich bin mal nett und ich geb dir die AK. Merci beaucoup, oder wie heißt das? Au revoir, das würd ich sagen. Aber falsche AK-Z. Was er da reinschreibt? Meinst du, dass es was nett ist? Dann hast du es bei mir. Du blinded. Was hat er denn geschrieben? Keine Ahnung, ich bin von einer anderen Sprache. Ja, war ich nie im Leben auf dem Gesicht. Was hat er geschrieben? Ihr netten Gegenspiele. Ich hab euch lieb. Ja, genau, sowas wie das heißt. Wollen wir da und bei mir? Dann muss auch da links außen kommen. Geht nicht anders. Nicht AVP saß er hier hinter das Mob. Mit einer AVP? Nein, die will ich haben. Oh, mein Gott. AVP ist eigentlich ganz gut für den Gang hier an der Seite. Oh, die ist generell gut hier auf der CD-Seite. Ja, aber es ist halt so. Ob man weiß? Oh, der war frech. Der war frech. Schaut's aus bei dir? Hab niemanden gesehen, niemanden gehört. Siehst du, die AVP hat es schon gelohnt. Als hättest du dir selber gegönnt. Reported. 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 Okay, aber warum? Warum? Weil ich jetzt zwei mit der AVP geführt hab. Hier ein Tür raus. Der zweite war links außen. Ja, der Seite. Der Seite ist in der Smoking-Bomb. Ja, der ist wieder auf der Seite gegangen. Ich hab ihn, glaub ich, gehittet ordentlich. Zurück aufs vollgelaufen. Jetzt kommt wieder Reported. Er hat Apo-Rab geschrieben. Lass mal Posis tauschen. Geht immer da hin, ich geh mal hier hin. Weil die haben bestimmt keinen Bock auf AVP. Und deswegen laufen sie links rum. Jetzt spin to win, Alter. Ja. Na, ich glaub auch. Okay, die Posi-Scheiße. Ich nimm's zurück, die ist richtig scheiße. Ich sie nicht. Einer ist schon Zeit. Da hat der Hit. Un-Hit. Kann er noch leben? Hallo? Oh, da ging grad nicht rein. Weitere weiß ich nicht. Hinter der Kasse saß, ja? So, jetzt kommt das Knife, okay? Ja, ja. Was? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich mute die jetzt weg, weil ich keinen Bock hab, dass die irgendwas schreiben, was man auf YouTube nicht zeigen kann. Was? Beide am Spawn hinten. Oh, man. Beide waren da hinten links. Ja, wo er da ist. Einer hat nen Headshot von denen. Weitere weiß ich. Ne. Weil der andere müsste eigentlich... Ja. Ich würd grad sagen. Dann hätte ich mich eigentlich komplett verguckt, sonst. Hast du das jetzt gezogen? Igos Blaues, oder? Ja, ich klingt ein Mist. Ja, ich klingt ein Mist. Einfach mit der Bison rein. Ich bin schon zweit. Warum hast du die Bombe da gelassen? Einer hat nen Scout. Er ist hinten am Spawn einer da. Ja. Du weißt. Smokie weg. Komplett im Kampf. Ja, aber wieder weiß. Ja, von mir. Der andere auch hinten am Spawn mit Scout. Vorsicht. Wie hast du denn Scouts? Der ist immer noch da hinten dran. Der ist immer noch da hinten dran. Ja, ja. Schatz. Der Typ ist echt wie so ein Bus steht der da. Oh, oh. Oh, ja, okay. Der Titel der Folge, der steht da wie ein Bus. Haha. Und jetzt kommt das Neid. Das muss der Titel sein. Ja, ey. Ich würd's die gönnen, aber ein bisschen Neid. Black Lotus. Kann die was? Die USP sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Der Hull ist all there. Keiner Negif, der hat ne Negif, außer bei mir. Feuer in the hall. Smarking. Einer ist immer noch base mit Scout. Ja, weißt du was wir da machen? Dann gehen wir hier durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Oh nein, scheiß Pison. Die macht einfach kein Damage. Ich glaub die Frau immer getroffen hätten. Handrat Scout. Ja. Was war das denn? Ich hab einfach komplett random die HE reingeworfen. Echt? Ja. Das ist doch live. Weißt du was, dafür machen wir jetzt nochmal das Knife. Ja, warte, 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 bis zum nächsten oder? Oder nicht? Na egal, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Oh, shit, also. Ah, shit. Jaja. Tschüss. Vielen Dank.